Im Sommer 2003 hat er sich selbst zum König von Deutschland ernannt. Jetzt freue ich mich ganz besonders auf den nächsten Gast. Der ist nominiert für den, ich würde sagen Echo, aber es ist der Echo. Was kaum einer glauben mochte, aber es war Echo, der Yvonne Cutterfels Number One Song Du hast mein Herz gebrochen geschrieben hat. Und unser aller Gewinner ist Echo. Ich fand Echo eigentlich einen unglaublich humorigen und cleveren und ausgesprochen witzigen Zeitgenossen. Er ist noch jünger als ich, noch erfolgreicher, noch geiler und noch besser aussehender. Er ist arrogant, er ist zynisch. Er ist jung, er ist fresh und vor allem braucht er das Geld. Er hat mein Interesse erweckt, deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Hier ist Echo Fresh, meine Damen und Herren. Ja, ja, das ist meine Handschrift. Ich machte Rapsalong fähig. Um so aufzusteigen, war nur ein Ballon fähig. Eure Texte kann ich euch nicht abkaufen. Was soll ich euch raten, Leute außer Abpausen? Ich sage nur, ach du heiliger Bim Bam am Mic bis nach Finnland. Alleiniger Kingmann, ich schreibe es hin, Mann. Die Magic passiert einen Deutschland-Hit auf ein leeres Papier. Euer Horizont ist vom Dichten her sehr kurz. Wir stecken unter einer Decke, aber ich bin der, der Furz. Was ist los? Oh, klopp, klopp, wer ist da? Das ist der Großkotz, der Holzkopf, der Wichser. Ihr süßen Mädels, hecht euch schriftarm aus Pfeil in Kürze, weil ich überheblich wepp, als ob ich Marmor scheißen würde. Hab dein Potenzial in einem Finger, im Daumenzeigemittelring? Nein, Original im kleinen Finger. Sehe mich im TV, jeder Mensch kommt aus Afrika, jedes Wort kommt aus Griechenland und jeder reimt vom Freezy. Warum guckst du mich so an, als ob ich Stalin wär? Nur weil ich auf der Wiese tanze wie der Charmin Bär. Wir sind uns langsam einig, ich bin bald Anfang 30, komme zu mir, der Don ist jetzt hier. Ich orientier mich anderweitig und weil ihr ganz wahrscheinlich jetzt in eure Kissen fleht, sag ich, ob ihr richtig steht, merkt ihr, wenn das Business geht.